Eine Situation, wie die des Spätsommers 2015, kann, soll und darf sich nicht wiederholen. Es geht auch weiter um eine verletzliche Steuerpolitik, wo klar wird, dass auch international agierende Konzerne Steuern zahlen müssen. Das gehört zur Gerechtigkeit. Für alle, die hier schon immer gelebt haben, ist es genau gefragt, sie sollte verboten sein, doch immer das letzte Mal. Wer das Volk ist, das bestimmt bei uns noch immer das ganze Volk. Das bestimmen wir alle, nicht mehr oder weniger, und mögen sie auch noch zu laut sein. Vielen Dank. Danke. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank.